Soussoul, hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sims 4, wo ich langsam so ein bisschen durchdrehe. So, wir machen jetzt hier natürlich wieder bei der Aufgabe mit. Und ich habe eben im Vorfeld nochmal versucht, Suzette und Balto dazu zu ermutigen, sich zu paaren. Habe diesmal Suzette gesagt, hey, paare dich doch mit Balto, wäre vielleicht ganz geil, wenn wir hier mal noch ein paar Welpen rumwuseln hätten. Hat sie nicht gemacht. Ich wollte die beiden nochmal ermutigen, nett zueinander zu sein, haben sie auch nicht gemacht. Irgendwie finden die beiden absolut keinen Draht zueinander, das ist schon ziemlich, ziemlich sad. Ich weiß nicht, was ich machen soll, dass die beiden mal irgendwie noch Welpen bekommen. Ich fürchte fast, dass es wird nichts mehr in diesem Let's Play. Das wäre natürlich super schade, weil ich mich da eigentlich schon drauf gefreut hatte. So, das ist der Co-Star, mit dem verstehen wir uns jetzt nicht so super gut. Denn den haben wir anscheinend mal irgendwie doof angemacht im Vorfeld, um das schlechte Gefühl zu erforschen, vermute ich fast. Aber das muss er jetzt wegwischen. Das muss er irgendwie, irgendwie, ähm, muss er darüber hinwegkommen. Aber wir könnten ihn ja mal nach seinem Tag fragen. Ach, guck, bei dem hatten wir auch das Darlehen. Da, nach Tag fragen. Wir geben, guck mal, wir geben ihm sein Geld zurück und wir fragen ihn nach seinem Tag. Und boom, haben wir das Ganze ins, ähm, haben wir das Ganze ins Positive umgekehrt. So, frisieren und schminken lassen. Dann brauchen wir noch, äh, unser Kostüm. Und wir müssen uns noch die Notizen vom Regisseur holen und dann können wir eigentlich auch schon starten. Wie sieht das wohl aus, wenn wir das in der... Das sieht auch lustig aus in der Ego-Perspektive, ne? Ich will mal mehr in dieser Ego-Perspektive machen. Da kann ich zwar jetzt, glaube ich, nichts mehr anwählen. Ne, das geht nicht. Huch, jetzt guck ich nach hinten. Da kann ich dann zwar nichts machen und anwählen, aber ich find's ganz cool, wenn man mal so ein paar Sachen halt dann eben aus der Ego-Perspektive sieht. Das find ich eigentlich ganz cool gemacht. Guck mal hier, jetzt gehen wir hier mal durch. Oh, Charlene, kannst du mal aufhören, so betont langsam zu gehen? Aha. Aber ich finde einfach diese Möglichkeit, find ich super cool, dass wir wirklich mal der Sim selbst sind. Also wie gesagt, wenn ihr das auch machen möchtet, ihr müsst Shift und Tab gleichzeitig drücken und dann kommt ihr in diese Ansicht. Oh. Oh, Charlene sieht eigentlich ganz cool aus, muss ich sagen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, also Notizen vom Regisseur erhalten und dann sagen wir ihm, dass wir bereit für den Auftritt sind. Guck mal, das alles reicht schon, um schon den ersten Status zu erreichen. So viel muss man hier tatsächlich gar nicht leisten. Zumindest Charlene nicht mehr. Hier, sag ihr mal, dass du bereit bist. Das hatte ich dir doch eben schon gesagt. Ist die halbe Zeit schon rum? Was zur Hölle? Ähm. Wir machen jetzt alles immer riskant. Wir machen alles riskant einfach, weil Charlene gut ist mittlerweile dem, was sie tut. Das passt irgendwie so gar nicht in diese Szene rein, oder? Scheint aber funktioniert zu haben. Guck mal, das ist doch gar nicht so schlecht, dass sie ihr Gefühl schon mal an ihm erforscht hat. Dass sie sauer auf ihm ist. Jetzt kann sie das wahrscheinlich besser rübertransportieren. Huch. So. Gitarre spielen. Also Charlene ist definitiv ein Multitalent. Oder wie seht ihr das? Ich finde sie auf jeden Fall gut. So. Oh nein, ich bin aber zu spät. Was zur Hölle? Was muss sie denn jetzt in der Gitter bringen? Was ist das denn für ein Film? Dieser Film ist super komisch irgendwie. Ich weiß nicht, ob das ein Western sein soll, oder doch eher Science Fiction, oder was auch immer. Er ist total aus dem Häuschen, er freut sich. Charlene hat ihre Sache gut gemacht. Jetzt konnten wir doch leider gar nicht zur Preisverleihung, weil es war ja jetzt Sonntag. Guck mal hier, wieder 6500 dazu verdient und drei Sterne haben wir dazu bekommen. Charlene steigt unaufhaltsam nach oben auf ihrem Weg. Bin ich doch gleich mal gespannt, wie es jetzt hier aussieht bei ihr. Guck mal. Ja, ich denke, zwei Rollen müssen wir noch annehmen, damit sie entsprechend berühmt wird. Ich bin auch mal gespannt. Ja, sie hatte ja keine Zeit, um Streiche zu spielen. Ich bin auch sehr gespannt, wie das dann aussieht mit den Tantiemen für ihren letzten Vlog, weil da hat sie gute Effekte reingeschnitten, gute Dingsis, Effekte und Übergänge. Mal schauen. Die Agentur ist begeistert. Wir sind sicher, dass der Name dieses Jahr auf der Auswahlliste für die Starlight-Verleihung steht. Ja, ich bin mal gespannt. Wir haben ja bislang, wir sind ja noch kein Weltstar, ne? Von daher haben wir eigentlich noch nicht die Voraussetzungen geknackt. Das Problem ist halt echt so ein bisschen, finde ich persönlich, an diesem Add-on, dass man, was haben wir hier, let's talk about, äh, 277. Ja, es hat ganz gut was gebracht. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass wir hier tatsächlich in diesem Pack uns ziemlich darauf versteifen müssen, wie gesagt, dieses Da-Dasein zu verfolgen, weil sie das halt auch ziemlich, ziemlich schnell verliert, ihr Ansehen und ihren Ruhm. Und ja, auch im echten Leben muss man als Hollywood-Star und Schauspiel- oder Gesangssternchen im Gespräch bleiben, natürlich. Aber das ist nicht so krass wie hier. Weil wir haben das ja am Anfang mal ein bisschen gemacht, dass wir uns da so ein bisschen, ja, dass wir einfach ein bisschen mehr Abwechslung reingebracht haben. Und da sah das ganz anders aus. Was haben wir denn hier? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht, warum die beiden einfach nichts miteinander machen wollen. Also, warum jetzt Suzette gerade nichts mit Baltor machen möchte, so wie Baltor aussieht, das kann ich verstehen. Oh Gott, die wollen schon wieder, dass ich ein Casting mache. Die drücken mir momentan so super schnell immer wieder Castings rein. Tee und Heimtücke mit Anstand und Würde. Machen wir Tee und Heimtücke. Guck mal, sowas hier geht. Ich verstehe aber nicht, warum sie einfach nicht mit... Warum sie einfach nicht mit Balto interagiert. Ich verstehe das nicht. Ich habe auch schon mal so ein bisschen im Internet rumgeguckt, aber habe da auch nicht wirklich was rausfinden können. Guck mal, sie reagiert einfach gar nicht drauf. Oder machen sie jetzt tatsächlich mal was? Nee. Ja, sie macht was, aber nicht das, was sie soll. Ich kann das nicht nachvollziehen. Absolut nicht. Was haben wir denn hier? Level 7 der Charisma-Fähigkeit. Hat sie schon 8. Das ist gut. Ja, morgen beginnt ihr nächstes Casting. Und wir müssten eigentlich schon wieder Balto baden. Ah, guck mal. Susette spielt ein bisschen da selber mit der Plattform. Ja, aber irgendwie... Mich ärgert das. Mich ärgert das extrem, dass ich das nicht hinbekomme mit der Paarung und ich weiß nicht, wieso, weshalb, warum. Die beiden interagieren auch so an sich überhaupt nicht miteinander. Oh, guck mal. Wir haben ja hier gar keine Fische drin, fällt mir gerade mal so auf. Mit Elfen? Wow. Können reinspringen. Ernsthaft? Wie tief ist das Ding denn bitte? Ja, gut, ne? Jetzt haben wir halt Elfen. Ja, Susette, Balto, was mache ich nur mit euch? Was mache ich nur mit euch? Schwierig, schwierig. Ich bin echt überfragt. Ich bin echt überfragt. Ich weiß nicht, was ich da machen soll mit den beiden. Angeln, Promi-Leben, Fitness-Vlog, verspieltes Vlog. Sie könnte... Sie könnte eine Aufnahme starten, wie sie Sport macht. Vielleicht. Macht sie mal eine Runde Zumba. Ja, da. Ganz ehrlich, das wäre mega, wenn es da auch Sumba-Classes geben würde im Fitnessstudio, dass sie das nicht nur zu Hause machen können, sondern auch richtig so als ja, man sagt ja immer Klasse, ne? Sumba-Class. Dass sie das dann auch so machen könnten. Das wäre mega. Das würde ich richtig feiern. Aber das ist ja leider so nicht reingekommen. Wir können das ja hier wirklich nur vom Fernseher machen. Jo, kann ruhig vorbeikommen. So, das wird Sumba-Fitness. Gott, was bin ich heute unkreativ. So, jetzt müssen wir das Ganze auf die Videostation übertragen. So, ich hoffe, das klappt wieder mit dem Hinzufügen der Effekte und der Übergänge. So, Effekte sind schon mal gut geworden. Dafür scheint Charlene definitiv ein Händchen zu haben. Sehr gut. Und das hat auch funktioniert. So, können wir direkt mal noch hochladen. Wir haben noch eins. Was haben wir denn hier noch? Hm, keine Ahnung. Aber Leute, ich frage mich echt, was wir mit den beiden machen sollen. Was sollen wir mit den beiden Schatzis machen? Und warum ist jetzt Suzette so dreckig? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Guck mal, Suzette guckt sich Baldo ja total interessiert an, aber irgendwie funkt es zwischen den beiden nicht. Das ist echt blöd. Das ist echt blöd. Naja, ihr Lieben, ich verabschiede mich für heute von euch, bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Vielleicht habt ihr noch den ein oder anderen Tipp, was ich vielleicht versuchen könnte, dass wir doch noch Welpen mit den beiden bekommen. und dann gucken wir einfach mal. Also dann macht's gut und bis dahin. Tschüss! Tschüss!